Guten Morgen, Servus zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Forrest und wir haben die Hütte fertiggestellt nach ein bisschen Arbeit, aber die ist einfach ultra cool, die legen einfach ein paar Zeitschriften auf dem Boden, keine Pornomagazine, aber immer in Zeitschriften, die sind ein bisschen gemütlich und natürlich zwei Kisten, weil es Simon und ich zwei Kisten brauchen, wir sind nämlich mittlerweile freundlich zueinander, so, schmeißen wir uns erstmal ein bisschen was auf den Grill. Ich hab schon. Okay, dann schmeißen wir uns ein bisschen was auf den Grill, damit wir jetzt gleich, wir werden nämlich jetzt gleich nach Wildschwein suchen und damit wir ein bisschen Leder bekommen, etc. pp. So, dann fressen wir ja auch nochmal, haben wir auch genug, so. Und dann sterben wir. Vollkommen richtig. Null Wasser. So, der Wald ist hier mittlerweile ein bisschen abgerodet, weil wir ein bisschen Holz brauchten für die Hütte, aber ich finde die Hütte lohnt sich einfach extrem, weil die einfach ultra cool ist. Ich meine, wer hat schon gerne Zeitschriften, worauf er schlafen kann. So. Ich würde sagen, Wildschweinjagd ist eröffnet. Federn. Oder? Ich würde sagen, Wildschweinjagd jetzt, ne? So. Geil. Ich habe mal einen Bogen, ich habe mal diese Fälle genommen. So. Ich nehme auch mal meinen Bogen ausrüsten, so. Mein Leiter mal aus. Und wir suchen mal nach Wildschwein. Hier ist immer noch ein paar Bögen drin. Okay, habe ich jetzt noch, wie viel habe ich jetzt? 30 Pfeile. Alter, das ist auch mal heftig. Ziehen, guck mal, da liegt was. Ja. Cockpit. Achso, ja. Lol. Da ist einer drinnen. Hier ist eine Waffe. Ja. Leuchtpistole. Oh, die Dings. TV-Star-Wives-Died. Okay. Hast du die jetzt auch? Ja, ich habe die auch. Okay, also ich denke mal, die sind tot, ne? Leute, das ist ein Stein. Ich glaube, die sind gestorben hier bei dem Unfall. Beziehungsweise war es überhaupt ein Unfall. Ja. Sieben, was habe ich an? Ja. Was meinst du jetzt? Was habe ich an? Ich kriege Damage. Wieso? Keine Ahnung. Kälte. Alter, richtig heftig. Vor allem der... Hast du mal ge... Hast du mal ges... Ich brauche mich jetzt instant zu da. Guck mal hier. Übel heftig, wie der durch das Cockpit durchgecrasht ist. In meinem Kopf, Alter. So möchte ich nicht enden. Wirklich nicht. Glaub ich da jetzt was hat? Ja. Ja, komm doch. Hier ist ein Reh. Plötzlich gespawnt. Das ist jetzt despawned. Ernsthaft? Das Reh ist einfach despawned. Geil. Was kann man denn mit der Flare Gang machen? Ich glaube, die zündet die auch an. Du brauchst halt Muni dafür, ne? Wie viel Muni hat man denn dafür? Okay, fünf Schuss habe ich. Die Reh. Hast du ein Reh? Ja, ja. Erledigt. Aber Wildschwein ist ja... Mau. Minimal. Also wir haben jetzt jetzt ein einziges Wildschwein gefunden. Ich meine, das ist das, was wir am meisten brauchen. Ich meine, das ist das, was wir am meisten brauchen. Puh. Okay, hier ist nix. Ich finde mal hier noch ein Wildschwein. Alter, ohne Witz. Die Gegend ist einfach so leer wie die Caritas. Ohne Spaß. Ist gar nix. So, ich würde dann sagen, wir bauen hier auch nochmal eine Hütte hin. Ich komme dann mal zu Besuch. Ich packe hier nicht wieder einen Stein fest. Alter, hier ist einfach gar nichts. Und hier ist sogar wieder ein warmes Gebiet. Okay, das ist irgendwie strange. Manchmal füge ich mal meinen Topf wieder auf. Oh. Geht das hier? Ja, hier vorne ging es. Nein, bei mir nicht. Guck mal hier vorne. Hier müsste es bei dir gehen. Du kannst wieder C drücken dann. Nein, bei mir geht es nicht. Alles klar. Okay. Oh. Wow. Ganz normal. Es geht auch an bestimmten Orten halt. Funktioniert super. Oh, ich kapiere Egel langsam. Warum? Ja, Durst. Dann trink doch das Wasser. Oh. Hast du getrunken? Oh ja. Okay. Aber man kann ja auch so trinken. Hm, ja. Uh. Da ist ein Reh. Alter. Alter, die sind gerade Reh gespawnt. Ich habe dir das Reh in den Headshot gegeben. Ich habe meins. Oh, ich habe meinen Reh auch. So. Erstmal Fell abziehen. Dankeschön. Und das Fleisch auch. James, ich tue dir nichts. Vanillete. Okay, da geht es. Noch einer. Da habe ich noch einen hin verschossen. Alter. Wie viele Reh hast du jetzt? Rehfelle? Weiß nicht. Ich habe ein Rehfell. Alter, wie wenig. Aufhammer. Was ist da? Leder. Ich habe full. Wildschwein? Naja. Naja. Kaninchen. Ich habe schon 10. Oh, der Wildschwein sieht immer noch so aus. Oh, da ist noch ein Reh. Wo? Ah. Ich habe es getroffen, glaube ich. Okay, es ist tot. Es ist noch gar nicht tot. Mein Reh ist tot. Welches hast du denn als geüberschossen? Hier war noch eins. Wie es einfach immer weiterläuft. Ich bin gespannt, wie viele man haben kann. Wahrscheinlich so vier oder so. Wo habe ich denn gesagt? Ich habe vier. Oh, noch eins. Alter, können die Wildschweine nicht so spawnen. Ja, es wäre besser. Ey, wo ist das denn jetzt hin? Ah, ich habe meinen auch. Lütt, das ist gerade einfach stehen geblieben. Also, wenn man es gut trifft, dann kann man den Reh auch schon mit zwei Hinten töten. Vielleicht einen Kopf oder so. Also, ich habe schon fünf Rehs. Leder. Fünf. Ich habe drei. Fünf Bambis haben wir schon. Ich habe drei. Also, acht Bambis. Acht Bambis haben wir. Da ist auch kein Wildschwein. Ach, Bambis. Ach, scheiße. Aber noch weiter ins kalte Kammern können wir auch nicht, ne? Und da ist nur der Berg. Ja. Also, wenn du gleich noch ein paar Hasen erlegst, dann sag mir bitte Bescheid, weil ich habe da nicht viele Hasen. Es sind nicht voll viele hier oder immer. Ich habe die ja noch nicht so viel gekillt, weil ich mich mit dem Haus beschäftigt habe. Ja, ich ja nicht. Ja, aber du warst mir in dem Wald, so, und ich bin halt in meine Hände und her gelaufen. Mhm. So, wir wissen auf jeden Fall jetzt mittlerweile was mit den Piloten passiert ist. Also, da habe ich mir auf was schon gedacht. Bin minimal untergeflutscht. So. Ist da oben was? So, bis Ende der Map oder so. So. Neee. Gerade ist von mir eine Regel gespawren, ernsthaft. So. Ja. Mit zwei. Oh, ich habe es. Oh, scheiße. Schöße. Schöße. Guck, wie geht das? Ähm, so. Wie viele Pfeile kann man jetzt nehmen? Weiß nicht, also. Ich habe sechs. Ich habe vier. Das ist ein Hase. Hast du getroffen? Nee, das ist ein Vogel. Oder ist auch ein Hase. Finden wir hier denn noch Wildschweine? Was ist mit ihnen? Ach nee. Ich habe einen Geborenen gefunden. Joa. Also, ich finde mehr ein... Ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ja. Ja, dieser schöne Schuss. Wieder hier seins, ne? Ich habe das Eichhörnchen gekillt. Ach, bist du? Wo bist denn du? Hä, wo ist denn du? Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Ach, da unten. Ich habe deinen Namen gar nicht gesehen, weil er einfach weiß ist, genauso wie hier. Was waren wir? Steven? Ja, der liegt doch unten links. Bei mir liegt hier gar nicht... Leute, den hat man auch nicht gesehen. Der hat sich so gut getarnt im Schnee. Krass. Richtig geil. Steven, ich würde sagen, mein Mann ist man hier ein Lagerfeuer oder so. Boah. Weil ich habe keine Ausdauer mehr und ich habe Hunger. Ein bisschen. Das ist schon wieder Hasen. Das ist schon wieder weggehoppelt. Der ist absolut quick gehoppelt. Da ist noch einer. Komisch, Alter. Also, wir wollten auf Wildschwein-Jagd gehen. Jetzt sind wir auf Bambi-Jagd und Häschen-Jagd. Es gibt ja keine Wildschweine mehr. Häschen-Jagd, würde ich sagen. Damals von der Spongebob-Folge Häschen mit der Oma. Ja. Weil sie es noch kennt. Weil es noch irgendjemand das kennt. So. Äh, Steven, hast du kein Hunger und noch Ausdauer genug? Ich habe gar nichts. Lass mal hier ein Lagerfeuer machen. Ländlich fertig werden hier. Ist das schon das Meer? Ich habe keine Sticks, toll. Ist so nervig. Hier gibt es null Sticks in dem Gebiet. Nur durch die Doofen. Boah, ich habe so viel Essen, ne? Boah, ja. Jetzt ist ja ordentlich mal was drauf auf dem Grill. No. Wir minimal drauf liegen. Ich sehe nur noch Fleisch. Ach ja, das ist ein schöner Grillabend. So, wie noch? 32. Meine Energie ist aber trotzdem komplett im Arsch. Ja. Ich fress schon mal. Oh, lol. Die ist fast wieder ganz hoch. So. Kann ich noch irgendwas essen? Ja, ich fress einfach noch ein bisschen mehr. Oh, Gott. Ich fress mich ein bisschen. Ich fress mich noch so früh. So, der Magen müsste jetzt voll sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt The Forest. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.